Oh, jetzt hab ich gerade das Video unterbrochen. Junge, aber nicht mehr mit mir hier. Frist die, Alter. Wo ist er hin? Er hat doch gerade noch einen. Bremsen, 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 Bremsen. Ziel, Alter. Meinst du, du kannst dich verarschen, oder was, ne? Kleines Arschgesicht, Alter. Feuer. Alter. Alter, hier zwischen den Wohnhäusern durchfliegen, das ist ja wohl mal der absolute Wahnsinn. Komm her, komm. Box 2. Was passiert jetzt? Ziel, Alter. Uh, da ist einer hinter uns. Box 2. Magic am Wohnwurmstab. Time, Kontakt, our land. Abschauen. Positiv. Jetzt wird aufgeräumt. Ziel, er passt. Jetzt wird aufgeräumt, er hat vollkommen recht. Oh. Äi, 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 komm, zu Papa, komm. Komm doch nicht immer ab, du Feigling. Jawoll. Ohohohohohohohohoho. Ich finde diese Situation so geil. Eieiei, falscher Knopf. Glauben, zeig dich. Ein kleines Weichei. Musst du den Schuh wegnehmen? Jaja, Strömungsabriss. Jawoll, ey, mit zwei Raketen. Das klappt echt gut. Komm, zeig dich. Komm. Eieieiei. Scheiße. Können wir den nicht mal ruhig halten? Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein hier. Jawoll. Ziel erfasst. Spots two. Ja, voll. Alter, das ist rockt. Das Spiel ist... Verdammt, sind die Schnellen. Nice. Warwolf One. Weitere Feinde nähern sich aus Südost. Bomber sind Primärziele. Feuer frei nach eigenem Ermessen. Missen. Roger. Ihr müsst schon gut aufstehen, ihr Schnarchnapp. Bomber ist fünf Meilen vor besiedeltem Gebiet. Ziel zerstört. Ziel erfasst. Ja, komm. Scheintlicher Bomber in Höhe. Ziel ziel ihn. Abfang. Wohin, Rappel. Ja. 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 Jawoll. Ein Bomber erledigt. Guter Schuss. Haha. Warwolf, das Oberkommando betont die Wichtigkeit, Kollateralschaden am Boden zu vermeiden. Warwolf One, roger. So, soll das nütz sein? Wir sollen berechnen, wo die Jungs hinfallen, bevor wir schießen. Warwolf-Stapel, vermeidet Schäden am Boden. Warwolf-Stapel. Warwolf, Bomber befinden sich im Zielradius. Sie lassen Ihre Bomben ab. 10. 1. Einsatz gescheitert. Nein. Ah. Wo sind denn die Bomber? Warwolf One, weitere Feinde nähern sich aus Südost. So, den nächsten haben wir. Ja, schneller, komm, komm, komm. Ja, komm, mach doch, zieh, 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 zieh. Feuer. Genau, Nacken. Keine Nähe an sich der Stadt, Abfangmanöver. So, Mann. Da haben wir die nächsten, die wollen wir als erstes. Jawohl. Die ist zerstört. Noch ein Bomber. Da ist er. Ja, wo ich ihn hab, ey. Feuer. Geh an ihm dran. Ja. Boah. Ja. 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 Leute, echt. Leute, Wahnsinn. Alle. Geht in Bereitschaft. Potenzieller Bomber mit ziviler ID ist im Anflug auf das Zentrum von Dubai. Zivilmaschine oder Bomber? Warwolf One. Warwolf One. Ein Bomber mit ziviler ID befindet sich auf Angriffskurs. Verstanden. Schaffen wir das? Wir müssen. Wir nach, Colonel. Der krieg gleich sechster in den Arsch gesteckt, Alter. Bomber ist jetzt drei Meilen vor besiedeltem Gebiet. Beeilung, Colonel. Bomber in Waffenreichweite. Erpasst. Bomber geht zum finalen Angriff rüber. Sofortabgang. Auf sechs Uhr. Tja, noch mehr geht doch gar nicht. Das Bomberwerk stößt ab. Weiter angreifen bis es vollständig zerstört ist. Verstanden. Alles klar. Ja. Mann, ey. One on Magic. Bomber wurde zerstört. Alter Leute, Leute. Unter Schuss. Bestätigt. Feindlicher Bomber wurde zerstört. Tjunge. Einsatz ausgeführt. Ho 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 ho. Junge, Junge. Eine sekundäre Explosion. Waren sich mit Trinity besteckt. Sieht so aus. Vielleicht haben Sie keine mehr von diesen Bomben gefallen. Da werde ich nicht wetten. Okay, nächste Mission. Sieht ja schon cool aus. Also es muss ja wirklich sein. Also Grafik reicht vollkommen. Ich finde es vollkommen okay. Oh, jetzt hier MG. Containerschiff, auf Basis der UN-Sicherheitsresolution Artikel 42, sind Sie aufgefordert beizudrehen und sich durchsuchen zu lassen. Stoppen Sie die Maschinen. Ich wiederhole, stoppen Sie sofort Ihre Maschinen. Sollten Sie nicht Folge leisten, werden wir Ihre Brücke zerstören. Alter, was für ein Schiff. Danke für Ihre Kooperation. Also dann seht wir nach, was Sie da unten haben. Nomad, wir gehen rein. Beginnt Abstieg. Alter, was passiert jetzt? Hier ist Hammer One. Wir gehen rein. Deckt uns. Passt auf, Jungs. Falls eine Trinity losgehen sollte, wird Sie den halben Kanal verstören. Bei einer falschen Bewegung eröffnen wir das Feuer. Hier unten ist Berger. Scheiße. Ist nur mit 6-4. Ich kann jetzt unter den Fein. Ich stürze ab. Oh nein. Alle Helikopter, Feuer frei. Deck die Shields. Haltung, Männer. Gebt allen Shields-Denkung. Sonst scheitert die Mission. Gezleitenküsse, Alter. Schießt nicht auf die Treibstofftanken, wenn unsere Jungs in der Nähe sind. Vorsicht. Zuerst die Raketenwerfer. Hammer One, ihr habt Feinde. Achtern auf dem Container. Roger, danke. Macht die fertig. Hallo, wo machen wir die fertig? Den machen wir Schweizer Käse. Fehl aufgeschaltet. Gut gemacht. Hier ist Hammer One. Wir rücken weiter vor. Fliegt auf die Steuerbordseite. Lass sie nicht vom Fiss. Alles klar. Von dem Fischerboot da unten aus wird geschossen. Feuer erwidern. Das sind Rebellen. Sie möchten hier den Frachtschiffen aufgelauert haben. Nummer 61 an Shooter. Das sind ganz schön viele Irre da unten. Kommen wir Unterstützung? Hier ist Shooter. Unterstützung können wir vergessen. Die Operation in Sobein mitnimmt unsere Kräfte. Wir müssen mit dem klarkommen, was wir haben. Roger. Wir haben Hammer Two. Starker Widerstand. Wir brauchen unseren Tötzok. Verstand. Lowman 61. Weiter zum nächsten Schiff. Sammelt die Jumscheine und reitet an. Roger. Jack, siehst du noch immer? Es wimmelt nur so von Ziel und Käpt'n. Gut. Bereit zum Angriff. Verstand. Ja, der ist voll abgehoben. Ich mache euch fertig. Ich trete euch in die Nütze. Bazooka. Blue and Blue. Schießt nicht auf unsere Leute. So. Einsatz gescheitert. Oh, sorry. Äh, ja, Verbündete. Äh, ja. Äh. 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 I'm you sorry. Ja, hiermit sage ich auch erstmal wieder. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Iloi. Mein Name ist Gabus. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Bis denne. Ciao, ciao.